Na danke. Bist du schwanger? Schon fast 17 cm. Ich habe nun die Ergebnisse und es handelt sich in Ihrem Fall um akute lymphatische Leukin. Die Heilungschancen stehen bei 50%. Sie müssen jetzt an sich denken, Frau Janis. Was würden Sie an meiner Stelle machen? Ich verstehe nicht, wie du einfach so ein Kind aufgeben kannst. Bist du bereit, ein Kind in die Welt zu setzen, das ohne Mutter aufwachsen soll? Sie muss doch noch einen kleinen Funken Vernunft in sich haben. Wie sie ist das vernünftig? Ich will dich nicht verlieren, Emilia. Verstehst du das denn nicht? Stopp! Stopp! So. Vielen Dank.